so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die geisha ich sage auch immer geisha oder geisha nein ich sage sogar geisha keine ahnung das ding auf mit diesem namen und mit diesem klaus hier oben drauf ja die barracuda habe ich für 7,99 euro online erworben bei pyro station.com.de egal link ist in der beschreibung könnt ihr aber vorbeischucken vielleicht doch bestellen wer weiß ja geisha hat ein richtig cooles design wie ich finde auch immer ganz normal in black hier und das taste auch immer richtig geil vor allem hier hinten mit der anleitung oder wie das halt hergemacht ist hinten ist eine sehr geile batterie zum warm schießen ist halt überhaupt nicht mit zerleger die schießt halt so crackling feuertöpfe mit einem fisch effekt oben der im zentrum halt auch noch mal crackling hat bisschen schwer zu beschreiben aber ihr werdet ja gleich sehen 132 gramm hat das ding zehn schuss und jetzt geht's los abzerzündung um bis gleich viel spaß damit leute guckt euch das an das ist die night holer die hier vor sich hin brennt er braucht da hast du überhaupt kein lagerfeuer ja pyro rauch oder so sieht man leider nicht aber jetzt machen wir was feines guck mal hier ist das die richtige haben wir nämlich hier die barracuda mit 1 2 3 kram 1 2 3 eine schöne ruhige batterie ich hätte jetzt ich hätte es gar nicht 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 komplett am dritten geiles teil hat spaß gemacht ich hätte es gar nicht ich hätte es gar nicht